Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Männer, das ist unser Tag. Bereit machen zum Aufstieg. Klare Sicht, trockener Fels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Norddeutscher Rundfunk 2021 Du bist ja schon wach? Schlafen ist vorbei, Scheuer. Das Zelt kommt heute Abend wieder in den Keller. Ist sowieso nicht. Kann tödlich sein, bei über 3000 Meter Höhe. Dann haben wir uns ja verstanden. Und da drin hast du früher mit Papa geschlafen? Kann mir jemand sagen, warum sich Franzi die Beine rasiert? Kein Wunder, dass meine Klinge schon wieder stumpf ist. Also dann. Oh, das schaffen wir allerseits. Franzi, Schätzchen. Fang nicht so früh damit an. Du weißt, sie wachsen nachher umso stärker nach. Mann, ist diese Familie ätzend. Wehe, du benutzt mein Fahrrad. Mann, wir entspricht. Mann, wir halten dich oder eben nicht. Mann, wir sind schon wunderbar. Hey, Lukas. Lass dann. Soll ich das Catering wechseln? Deine Pizza waren auch schon mal besser, Max. Du hast gelacht. Ich hab's gesehen. Lächelt höchstens. Immerhin. Max, ich hab's eilig. Wir fehlen noch Verquittung vom letzten Quartal. Kann nicht sein. Für, ähm... Du, Anja, wenn es dann passt... Mach ich, also. Ein paar Spiele vermute ich. Anja? Telefon! Wer denn? Irgendeine Frau. Sie sagt das super dringend. Die Quillen können auch noch bis morgen warten. Morgen sieht's auch nicht besser aus. Folgen Sie mir unauffällig, Herr Steuerberater. Hallo? Aufgelegt. Das muss ja wahnsinnig wichtig gewesen sein. Also, deine Quittung. Nein, wir machen keinen Ölwechsel. Sie sind ja beim Gastrogomie. Wir beliefern nur. Herr Bremer, wo bleibt der Gotteslachs? Keine Chance. Das hab ich jetzt nicht gehört. Das La Marée macht mir seit Stunden die Hölle heiß. Kein Ölwechsel, bitte verstehen Sie doch. Wir liefern nur Olivenöl ab 20 Liter. Ich kann mir keinen Gotteslachs aus den Rippen schneiden. Der Markt ist so leer wie mein Magen. Uli, da ist eine Frau für dich am Telefon. Meine Mutter? Nein. Aber sie sagt, es ist super, super, super dringend. Soll ich später nochmal anrufen. Paris, Bremen, Frankfurt Flughafen. Kein einziger toter Gottesland. Frau Fort, versuchen Sie es nicht mal an der Autowerkstatt. Bis Feierabend ist der Fisch im Haus. Haben wir uns da verstanden, Herr Bremer? Und wenn Sie beim lieben Gott anrufen, telefonieren können Sie ja. Nein, wir haben auch keine Ölpumpen. Wenn du sie nicht findest, ist auch kein Drama. Bei mir geht nichts verloren. Ist was? Ich weiß nicht, aber du siehst heute irgendwie so... Vorsichtig, Max. Ganz besonders... Mich ausrutschen. ...hinreißend aus. Schleimer. Entschuldige. Es ist aber schön, dass es wenigstens einer bemerkt. Gibt's was zu feiern? Nur meinen Hochzeitstag. Na dann mal los. Gleichfalls. Ihr habt doch einen Schlüssel. Na endlich! Von euch erreicht man ja überhaupt niemanden. Oder seid ihr alle in Ohnmacht gefallen. In Ohnmacht? Mensch, Anja. Du weißt es noch gar nicht. Was weißt du nicht, Marie? Mensch! Der Schein, den ich für dich ausgefüllt habe. 25,04, 30,11, 16,12. Der Lottoschein? Der Lottoschein? Die Geburtstage von dir und den Kindern. Das volle Gedeck, Anja. Sechs Richtige. Du bist Millionärin. Ich bin Millionärin. Los, um die Gläser raus. Ach, jetzt wach. Gott! In den Keller gehst du immer zum Lachen. Eine Million. Wahnsinn! Das muss ich erst mal verdauen. Also komm, die Quote kommt erst morgen. Aber... Ja? Hey, was ist? Prost! Ich denk nach. Das... Das muss man genau überlegen. So viel Geld. Anlagemöglichkeiten. Du, am Ende ist es schneller wieder weg, als man denkt. Das weiß doch jeder. Ist ne schwierige Situation, verstehst du? Hallo, wie bitte? Wo ist denn das Problem? Sag mal, kapierst du's nicht? Du kannst dir jetzt alles leisten. Außen im Grünen. Durch die Weltgeschichte gondeln. Jeden Tag in diesem Zeug baden. Stimmt. Du hast recht. Wow! Sechs Richtige. Patagonien, ich komme. Vier Wochen. Endlich vier Wochen. Natur pur. Keine Menschenseele. Weißt du, das hab ich mir immer gewünscht. Und was kriegt deine liebe Familie? Also, ähm, Nico, Zugspitze, K2, Mount Everest. Franzi, Gesangsstunden bis zum Abwinken. Verstärkeranlage, 1000 Watt. Klar. Und Uli? Tja, Uli. Okay, also ihr habt halt wieder Probe? Alles klar, ich bin glücklich. Oh, Nico, du nervst. Ist euer Mikro denn inzwischen wieder in Ordnung? Nico! Was? Die Tanja kommt auf? Hör mal, die blöde Kuh trifft doch keinen einzigen Ton. Oder habt ihr Bohnen in den Ohren? Hunger ist was für weicher, ja. Eigentlich hat Uli nur einen Wunsch. Seinen ersten Wohnsitz endgültig vor den Fernseher zu verlegen. Der wird sofort seinen Job schmeißen. Na und? Ich kann ihm das unmöglich sagen. Da brauche ich, da brauche ich echt einen guten Text. Da muss ich richtig dran feilen. Und... Und... Wie süße. Was ist mit dir? Die wirst du auch nicht... Komm, sag's mir. Ich bin's doch bloß. Ich hab irgendwie auf einmal... ... solche Angst. Wovor denn? Dass mir das hier alles um die Ohren fliegt. Ist blöd, ne? Ist blöd. Wirklich? Total. Danke. Für eine Million kann man nämlich ganz schön viele Ohrenschützer kaufen. Das ist richtig, komm. Jetzt endgültig auf die Millionen. Mensch, auf die Millionen. Prost. Prost. Willst du vorlesen? Willst du vorlesen? Bitte? Ja, klar. Also, meine Familie und ich. Bei uns zu Hause leben vier Menschen. Papa, Mama, meine Schwester und ich. Meine Mutter arbeitet nur halbtags. Mein Vater arbeitet sehr viel. Und abends ist er immer müde. Ich klettere gern. Und wenn ich zwölf bin, will ich den Mount Everest geschafft haben. Ich schreib mein Everest mit einer oder zwei. Das ist eigentlich egal. Echt? Meine große Schwester heißt Franziska. Die ist... Die ist total ätzend. Hallo? Die benutzt jetzt Parfüm und den Rasierer von meinem Vater. Total eklig. Und das nur, weil sie jetzt einen Freund hat. Der ist total alt. Mindestens 30. Und nächstes Jahr kriegt sie bestimmt ein Kind. Mama? Was? Du hast überhaupt nicht zugehört. Natürlich hab ich zugehört. Sehr schön, dein Aufsatz. Besonders, was du über deine Schwester geschrieben hast. Ich war aber noch nicht fertig. Uli, was würdest du machen, wenn du eine Million hättest? Also ich. Okay, Uli, sitzt du gut? Ich hab nämlich eine Neuigkeit. Mann, warum mach ich mir eigentlich so ins Hemd? Das ist doch nicht so schwer. Hallo. Uli, ich... Du hast doch dran gedacht? Für die Suppe. Für die Suppe bist du zuständig. Papa. 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 Hochzeitstag. Ja, ich. Ich dachte, auf den Dauern sind Blumen vielleicht ein bisschen einfallslos. Rasierwasser vielleicht auch. Du, Uli, hör mal, ob du's glaubst oder nicht, aber wir haben ... Du hast irgendeinen blöden Trick. Ja, Caio, wenn ich nicht wähle, dann ... Ich geh mal zu Lisa. Wie? Spoiler zu Lisa? Ja, ich bin nicht. Grüß ihn von mir. Der Uli? Weißt du was? Wir brauchen endlich einen anständigen Fernseher. Mindestens 55 Zoll LED-Backlight. Man erkennt überhaupt nichts mehr. Ja, stimmt. 999.450. Und 20 Cent. Schade doch, keine Million. Und ich dachte, ihr könnt das im Vollen schöpfen. Was haben deine Liebsten denn gesagt? Gar nichts. Wie gar nichts? Du hast ihnen noch nichts gesagt. Ich hab Uli nichts gesagt. Dann kann ich natürlich Nico und Franzi auch nichts sagen. Falls wir immer noch am Text. Marie, das ist nicht so einfach. Ach komm, du schaffst das schon. Italie auf Luxusniveau. Das ist das Einzige, was er sich wünscht. In 55 Zoll oder so. Ich meine, dafür gewinne ich doch keine Million. Fast eine Million. Ach, auch egal. Mann. Genau so habe ich mir immer eine glückliche Lottogewinnerin vorgestellt. Ich freue mich doch. Wirklich, ich freue mich total. Und heute sage ich es ihm auch. Vielleicht besser nicht zu Hause. Sondern? Der Alltagsrat zieht euch nur runter. Ihr solltet mal richtig ausgehen. So, das müssen wir bis heute Abend zur Probe drauf haben. It's only bits and words are all I have to take your heart away. Ist ja mittlerweile eine Top-Adresse geworden hier, sagt man. Bis zum Weihnachten hat sich das aber noch nicht rumgesprochen. Hat er Kork? Ne, ich hole gerne einen Schraubverschluss. So. Einmal den Salat mit Foie de la Paz à la Frostière, bitte schön. Und einmal die Austern. Dankeschön. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Dir auch. Hör mal, Uli. Entschuldigung. Bitte? Haben Sie was gesehen? Nein. Eben. Wenn die auch so noch frisch wären, dann hätten Sie was gesehen. Da hätte er was gezuckt. Gezuckt. Natürlich. Bin untröstlich. Bringen Sie mir lieber auch den Salat. Dann bin ich froh, wenn nichts mehr zuckt. Gerne. Was ist? Es war gut. Danke. Was machen wir hier eigentlich? Weißt du noch? Wir saßen da drüben an dem Tisch, als ich dir erzählt habe, dass ich schwanger bin. Und du hast dich gefreut wie ein Schneekönig. Und dann habe ich dir verschreckend Champagner bei den Rock geschüttet. Mhm. Würde mir heute auch nichts ausmachen. Was? Vielleicht gibt es ja wieder was zu feiern. Wie willst du mir etwa damit sagen, dass du... Was? Nein. Nein! Woher denn? Fernübertragung oder was? Ich dachte schon, ich muss mir noch einen zweiten Scheißjob fürs Wochenende besorgen. Ach, Uli. Franzi war unterwegs. Was hätten wir da machen sollen? Mir wäre für mein Leben auch noch was anderes eingefallen. Ah ja? Was denn? Mit dem Motorrad auf der Route 66 oder was? Ich hätte sofort im Margot in Marseille anfangen können. Für 1000 Mark im Monat und Franzi und ich auf dem Zeltplatz. Na ja, Fantasie war noch nie deine Stärke. Für welchen Einfall ist es denn jetzt zu spät? Ach komm, du hast doch immer genug Gründe, um auf Nummer sicher zu gehen. Und was soll es sein? Die nächsten 14 Jahre reise ich auch noch ab und dann ist die Monster-Relle durch. Was willst du mehr? Ich habe immer gedacht, dir hätte es auf meine alten Maiko gefallen. Du hast mich nie gefragt. Und mein Hintern hat mir was anderes erzählt. Weißt du was? Ich fürchte, du musst dir heute selber den Champagner dann... Entschuldige ich. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Die Rechnung bitte. Und ein Glas Champagner. Die Rechnung bitte. ееh Sie haben mich nicht gedacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Danke für den Tipp. Ähm, sagen Sie, hier laufen doch bestimmt viele Köche heron. Mehr ist genug. Wieso? Ich suche einen. Also ich will ein Restaurant aufmachen. Als Geldanlage. Allerdings, Gastronomie ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Wie wär's denn mit einer Anzeige? Ach nein, nein, das dauert zu lange. Übermorgen muss der Pachtvertrag unterschrieben werden. Puh, das ist nicht sportlich. Tja, ich hatte ja einen Koch- und Geschäftsführer, aber der ist mir heute Morgen davongelaufen. Köche kommen und gehen. Vielleicht sollte ich Ihnen mal genau erklären, wo... Morgen die Preislisten für nächste Woche. Ja, gleich. Jetzt. Gerne, Herr Kretschmer. Angenehmer Zeitgenosse, Ihr Chef. Viel Glück mit der Suppe. Lass es raus, Alter. Mach dein Kretschmer Platz. Chef, wir können... Vielleicht schon bald. Ein Zeit, oder? Nebenbei, ich bin nichts gegen das, was er nicht macht. Nächstes Jahr, vielleicht. Das ist mit den FC-Kanten am Samstag. Oberrang West. Halt die Senkrecht. Tschö. Tschö. Immer noch nicht wünig geworden? Wie gesagt, wenn Ihnen jemand einfällt. Was genau wollen Sie denn aufmachen? Warum schauen Sie sich den Laden nicht einfach mal an? Es muss zwar noch einiges getan werden, aber es ist quasi um die Ecke. Oder dürfen Sie nicht zu spät aus der Mittagspause kommen? Also aus der Küche ließen Sie sich was machen? Ja. Genug Anschlüsse? Wieder eine Menge Platz. Es ist richtig was zum Ausdrucken. Der Gastraum, 20, 25 Plätze, mir ist ja nicht rauszuholen, aber etwas Persönliches. Nicht für eine Massenabfertigung, eher Spezialitäten. Da hätten Sie völlig freie Hand. Ich? Ja, so wie Sie da gerade stehen und reden, als ob der Laden schon offen wäre, da habe ich mir plötzlich gedacht, warum eigentlich nicht? Sie machen Witze. Wenn es ums Geschäft geht, bin ich völlig humorfrei. Ach ja? Ja, Sie haben ja doch gerade selbst noch erzählt, dass Sie eine Ausbildung als Koch gemacht haben. Ja, das war eine Mannerleben. Ach, die Vita ist nicht alles. Da verlasse ich mich lieber auf mein Instinkt. Und mein Instinkt sagt mir, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ein bisschen Bedenkzeit kann ich Ihnen schon noch lassen. Danke, sehr nett, aber nicht nötig. Und, hat er angebissen? Nicht mal dran geschnuppert. Und was sagt Plan B? Plan B sagt, dass es nur Plan A gibt. Na, Herr Bremer, kleinen Privattermin gehabt. Gastkommir Bremer. Du ahnst nicht, was hier vor sich geht. Mama. Na ja, auf jeden Fall waren es heute exakt 37 Minuten. Hörst du das nicht? Nein, was denn? In der Sie der Firma mal wieder nicht zur Verfügung standen. Wieso hörst du das nicht? Was klingelt bei dir an der Tür? Ich glaube, ich muss Ihnen nicht erklären. Ach Quatsch, bei mir klingelt gar nichts hier. Was hast du gesagt? Was eine zweite Abmahn für Sie bedeuten würde. Hallo, bist du noch dran? Es geht seit heute früh um 8 Uhr. Ununterbrochen. Prima, hören Sie mir gefälligst zu, wenn ich mit Ihnen rede. Rund, unterbrochen. Musst du deshalb so schreien? Ich höre noch ganz gut. Kommen Sie mir nicht so, ja? Ich schreie nicht. Bei dir schreit einer. Haben Sie inzwischen vergessen, dass ich jetzt diese Abteilung leite, ja? Aber im Kuhschmeiß wird trotzdem noch keine Krawatte. Was haben Sie ja gerade gesagt? Mama, ich habe gesagt, dass... Ich habe genau gehört, was Sie da gerade gesagt haben. Das hört sich an, als ob das Haus einstürzt. Weißt du, das ist unzumutbar. Sie müssen hier nicht arbeiten, wenn Sie partout nicht wollen. Das wird noch Wochen so gehen, glaube es mir. Ja, Mama, das ist furchtbar. Aber ich lege jetzt auf. Ich kündige nämlich gerade meinen Job. Was machst du? Ey! Wie Sie schon sagten. Ich muss hier nicht arbeiten. Ja, Prima hier. Eine Frage nur, war das Angebot ernst gemeint? Er hat gekündigt. Wer hat gekündigt? Wer? Dein Mann natürlich. Uli, woher weißt du das? Ha, ich war dabei. Was ist denn da passiert? Ich gehe unter die Jungunternehmer. Tja, dann habe ich ihn einfach angerufen. Und übermorgen ist schon der Termin mit dem Vermieter. Kaum zu glauben, was? Wer es glaubt, wird selig. Danke. Du sagst gar nichts? Ich muss das erst mal verdauen. Verdauen? Habe ich irgendwas missverstanden, als wir zuletzt geredet haben? Nein, nein, nein. Das geht nur so schnell. Und direkt selbstständig. Und dann dieser Mann? Schweizer, Max Schweizer. Ich habe im Internet nachgeguckt. Der ist Steuerberater, wie er gesagt hat. Aber trotzdem, lass dir eine Bankauskunft geben. Also, auf unsere... Auf die... Wie sagt man am besten? Luftnummer? Zweite Chance. Investitionsruine. Okay. Oh, hallo, Tochter. Komm zu uns. Na, alles klar? Na, alles klar? Und, was macht die Gesangskarriere? Wer ist dieser Mann? Soll das mein Vater sein? Ja, klar. Na? Irgendwelche Einbinder? Dann werde ich dich ja in nächster Zeit nicht so oft sehen. Was könnte besser sein, als eine richtige Herausforderung? Ja, genau das wollte ich sagen. Meine Frau ist begeistert. Wunderbares Objekt. Das ist Herr Czesnack, mein Vermieter, und das ist Max Schweizer, mein Geldgeber. Ähm, Partner. Sagen Sie, ähm, kennen wir uns nicht irgendwo her? Ja, nicht, dass ich wüsste. Sicher? Absolut sicher. Wahrscheinlich seid ihr zusammen zur Schule gegangen. Das war's denn wohl. Mike? Mike? Wir können loslegen. Sag nie, nirgends, wir uns irgendwo herkennen. Ich wollte ein bisschen Spannung reinbringen. Ach, danke. Es ist schon spannend genug. Das sind die Leute, die den Umbau machen? Ja. Ohne Mike läuft bei Uli gar nichts. Hoffentlich läuft bei denen überhaupt irgendwas. Beruhig dich, es wird alles. In welche Richtung wird die Küche denn gehen, wenn ich es so mal fragen darf? Da macht der Chef noch ein Geheimnis raus. Au. Vielleicht fliegt hier alles wieder. An der Ecke hat ein neuer Türke aufgemacht. Der soll ganz gut sein. Uli ist nur ein bisschen aus der Übung. Momentchen, Leute. Kochen ist wie Fahrradfahren. Stimmt. Kann man auch verlangen. Föhnen ist für Warn, du bist schon. Wie ist es beschrieben? So sieht molekulare Küche aus. Meloneklavier. Karotten-Marzipan. Gefrorenes Sesam-Curry-Espuma. Was? Espuma. Der Schaum der Schäume. Wann schon guten Appetit? Braucht man Werkzeug zum Essen? Das ist nur Hühnereis mit Hotchip. Hä? Hautchip. Hart oder weich, diese, dieser ... Espuma. Sahne, Sesam-Pas und Currypulver wird gemixt, kommt in Sprüher und wird dann in den Stickstoff gehalten. Ich glaube, ich bin in der Chemiestunde. Naja, ich muss ein bisschen improvisieren, aber wenn der Laden erstmal auf ist ... Was sagt denn dein seltsamer Partner dazu? Was die Küche betrifft, habe ich völlig freie Hand. So, sagt er das. Und? Und? Mhm. Schmeckt. Natürlich. Schmeckt sogar sehr gut. Mhm. 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 Wie war ich? Umwerfend. Danke. Seh ich auch so. Tier wird Staumgas bei dir. Das kann die sich gar nicht leisten. Was ist? Du liegst auf meiner Seite. Mhm. Und? Hallo, Frau Mia. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist mit dir los? Tja, wenn man das große losgezogen hat. Jetzt verfühle ich mich so. Ich auch. Bitte schön. Ah. Ah. Jetzt ist Schluss. Der Junge braucht einen Kletterkurs. Einen Kletterkurs? Einen Kletterkurs? Ja, damit er nächstes Jahr endlich in die Alpen kann. Auf den Wachs, Mann. Unser Gipfelstürmer. Einen Kletterkurs? Ich habe auch nicht mal ein anständiges Mikro. Guten Morgen. Dann soll der Paulus endlich reparieren. Klappe, ja? Wer ist Paul? Ihr Freund natürlich. Was denn für ein Freund? Na, Paul eben. Hey, freut mich. Wieso kenne ich den nicht? Was willst du denn nur wissen? Augenfarbe, Schuhgröße, Telefonnummer. Ist er nett? Ist das ätzend. Kannst du dich nicht einfach mal raushalten? Ätzend. Wieso ätzend? Seit wann mische ich mich in alles ein? Seit 40 Jahren. Ungefähr. Marie, wie kannst du sowas sagen? Frag die Frau, die gerade das Leben ihres Mannes auf den Kopf stellt. Das ist was ganz anderes. Außerdem hat es schon richtig was gebracht. Ach, ja? Ach so. Seit Urzeiten mal wieder. Wird das nicht auch einfacher gegangen? Oh Gott. Ja, soll ich jetzt probieren? Gestern war es noch richtig gut. Mh. Könnt ihr glatt was werden mit dem Restaurant? Mh. Und wo ist die Küche? Komm mit. Zurück. Da. Da. Ja. Voll ist's. Ja. Stopp! Was machen Sie da? Soll er was weg, oder? Ja, aber doch nicht hier, da. Wo ist denn jetzt das Problem? Bauarbeiter, die nicht wissen, was sie tun. Soll er was weg, oder? Oh, Moment. Ach, nee, da hinten. Mensch, Birne, du musst auch mal zuhören, wenn ich überzeihe. Ja, wäre eine erste Maßnahme, ja. Wieso heißt der Mann eigentlich Birne? Ähm, Ratterzong, weg ist der Balkon. Klung, krank, krank. Bäh, ist alles schon viele Jahre her. Wie beruhigend. Keine Panik, Max. Es geht alles in geregelten Gang. Wozu haben wir einen Bauleiter? Ja. Diese Frage stelle ich mir auch gerade, hm? Schon gut. Na ja, dann... War noch viel Glück. Ja. Oh Gott. Mama? Ja? Und, was sagst du zu meinem Laden? Lass die Wand da ausreißen, dann wird die Küche größer. Okay. Und sonst? Na ja, mal sehen. Mal sehen. Waren die Schecks von deinem Investorplatz, ne? Ja, hey, sie. Hier. Komm. Hm? Hm? Komm, komm, Matthias. Fahre ich dich erst mal nach Hause. Nein, danke schön. Ich habe noch eine Verabredung. Zum Essen. Das Essen ist ungenießbar. So ein Pass, den Sie hier liefern. Ich zahle jeden Monat 6 Euro. Hallo. Sie da, junger Mann. Sie. Was erwarten Sie? Ein 3G-Menü für 3 Käse. Stil ist keine Frage des Geldes. Das mal vorweg, junger Mann. Ähm, Tira, der junge Mann hat sich ja eilig. Und du doch auch. Lassen Sie den Rest vom Pudding doch einfach hier. Was wollen Sie denn eigentlich? Das war ganz normaler Pudding mit Vanillegeschmack. Also, wenn du noch einen Augenblick hier wachst, dann bin ich eben gleich wieder da. Ich habe Vanillegeschmack. Ich habe Vanillegeschmack. Lassen Sie den Pudding einfach hier stehen. Na bitte, geht doch. Ich sage dir, wenn Mike und seine Bande da so weitermachen, ist diese Baustelle ruckzuck eine Bauruine. Max, ich... Du hast noch den Finanzplan, den ich dir gemacht habe? Ja. Schmeiß ihn weg. Alles Makulatur. Uli, was sagt denn der dazu? Uli sagt, alles wird gut und denkt ansonsten nur an seine Küche. Ja, das ist ja auch das Herzstück. Warum würde ich dir sagen, wie teuer dich dieses Herzstück kommt? Also, was schlägst du vor? Wenn er wüsste, dass es dein Geld ist, das da verbrannt wird, dann würde er zumindest diesen dämlichen Kicker rausschmeißen. Also, einzige Möglichkeit... Ja? ...du sagst ihm alles. Nein, das geht nicht. Dafür läuft es zu gut. Gut ist nicht das Wort, das mir dazu einfällt. Gut, dann wird das eben alles ein bisschen teurer. Ja. Das muss wohl wahre Liebe sein. Noch nie erlebt? Danke schön. Jo. Wiedersehen. Was ist los? Na, hörst du das nicht? Ach so, ja. Da kann man wohl nichts machen. Das sagst du so einfach. Wie meinst du denn das? Ja, du musst wissen, was du tust. Ja, klar kannst du ein paar Tage bei uns wohnen. Frau Anja würde sich bestimmt freuen. Na, hoffe ich doch. Aber vielen Dank. Danke schön. Was ist das denn? Willst du dir nicht ein paar Sachen holen? Der Mann da. Welcher Mann? Der darf mich nicht sehen. Das ist ein eifersüchtiger Liebhaber oder was? Ach, Mann. Ein hartnäckiger Verehrer, der stellt mich schon seit Wochen nach. Bitte, du hast einen Verehrer? Ja, wieso denn nicht? Ich bin eine gutaussehende Frau. Ja, hallo? Jetzt fahr endlich los in meinen Sachen. Wunsch später. Mein Name ist Bond. James Bond. Ja. Sag mal, Mama. Das sind 389 Euro zu viel für echte Werbhaber. Ja, ganz gut. Oh, Thea. Hallo. Hallo. Wir reißen mal die ganze Straße auf und hab ich gesagt, sie kann erst mal bei uns wohnen. Na, wir beiden. Hey, Oma. Und hast du dir auch überlegt, wie das gehen soll? Liebling, wir werden schon eine Lösung finden. Na schön. Thea, welche Tapete möchtest du? Bergpanoramen dieser Welt oder Rockbands von Aves Zelt? Kein Problem, Mama. Für dich schlafe ich sogar ein Zelt. Na schön, da musst du nicht umziehen. Sie nicht, aber Nico zieht zu ihr. Was? Liebling, würdest du dann eben die Liege aus dem Keller holen? Wir kriegen das schon hin. Na ja klar, was nur das ist. Und das ist noch längst nicht alles. Was glaubst du, was so ein richtig guter Rotationsverdampfer kostet? 100 Euro? Mal 80. Oh. Aber wenn es sich tröstet, Einweg-Spritzen gibt es schon für 99 Cent. Du willst mir damit sagen, es wird alles viel teurer. Adios, Patagonia. Die Eifel soll ja auch sehr schön sein. Trotzdem, Max, es muss sein. Okay. Dein Herzblatt kriegt sein Herzstück. Aber ich werde was unternehmen müssen. Bingo. Danke für Ihre Bestellung. Thea. Ja, was ist? Ähm, nichts. Ich muss mich nur erst daran gewöhnen, dass du hier auch wohnst. Ähm, was machst du denn da? Nichts Besonderes. Nur ein bisschen im Internet stöbern. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört mit meinem Telefonat eben. Du machst deine Sache, ich mache meine Sache. Damen und Herren, die Küche. Und du bist sicher, dass du das alles brauchst, ja? Das habe ich meinen Geldgeber auch gefragt. Da konnte ich nur sagen, Max, es muss sein. Oh, lustig. Hä? Was ist lustig? Max, es muss sein. Das hast du zu dem anderen Max auch gesagt. Welcher andere Max? Ja genau, welcher andere Max? Mit dem du gerade telefoniert hast. Ach der, ähm, ja, das ist Max, der schaut manchmal bei uns in der Kita über die Buchhaltung. Ich weiß noch nie, was von dem erzählt. Ja, das hättest du auch mitgekriegt. So wie du dich immer für meine Arbeit interessierst. Das ist auch wieder wahr. Jetzt ist endlich los. Äh, Thea, hättest du vielleicht einen Moment Zeit? Komm, Nico, du schaffst das. Ziehen Sie ihm den Gurt doch mal richtig stramm, junger Mann. Ja, hier ist Bremer, Thea Bremer. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Glauben Sie mir, das sind ganz normale Anlautschwierigkeiten. Und auf geht's, Nico. Ja. Ganz locker. Es braucht ein bisschen Magnesium für die Hände. Ja, ähm, es handelt sich hier um die Nummer 119-4712. Guck mal, Oma. Ha, na bitte, geht doch. Ja, super, Nico. Ja, super. Ich habe da eine Änderung mitzuteilen. Bitte notieren Sie. Die meisten schaffen das. Ja, das sagen Sie alle. Meine neue Adresse lautet Das ist Mona Lange. Mona ist Controllerin. Konzepterstellung, Kalkulation, Cashflow, Personal. Ja, gerne auch für Mandanten von Max. Genau. Und da Mona auch Erfahrungen in der Gastronomie hat, wird sie dich ab sofort unterstützen. Unterstützen? Ja. Wobei, hier läuft doch alles prima. Vorsicht, Chef. So, willst du dich umbringen, Birne? Ist ja noch kein Saft drauf. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Bis es fertig war? Oh, das sollten Sie schon ganz genau wissen. Wissen Sie, Arbeitszeit und Materialwert, das sind die Faktoren für die Kostenermittlung. Wollen Sie, dass die Pralinen der Rainer auf der Speisekarte werden? Oder der Schläfer? Naja, das können wir auch später klären. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Ich glaube nicht, dass ich diese Kollegin brauche. Hast du schon mal was von vollendeten Tatsachen gehört? Sie ist eine. Frau Lienhardt, haben Sie seit unserem letzten Termin mit Ihrem Mann darüber gesprochen? Bitte. Wie war es in der Kleidung, Herr Lerner? Deine Mutter hat es so ausgedrückt. Nico ist eher der Flachland-Typ. Was ist denn da oben los? Franzi und Paul hören Musik. Jedenfalls nehme ich immer an, dass sie das tun. Paul ist da oben bei ihr? Was willst du da jetzt machen? Willst du da jetzt reinplatzen und fragen, ob sie noch ein paar Schnittchen wollen? Scheint ja heute der Tag der Wachhunde zu sein. Wieso? Max hat mir seine Kontrolltante vor die Nase gesetzt. Soviel zum Thema Freie Ahnt. Bist du deshalb so komisch drauf? Aber der werde ich mal zeigen, wer in meinem Laden die Ansage macht. Ich habe noch was vergessen. Anja, was treibt denn dich hierher? Ich würde sagen, die Frau, die mir entgegengekommen ist. Hi Papa, das ist Paul. Hallo. Hallo. Schweinebraten mit Kiwi-Marinade. Wollt ihr mitessen? Ähm, nee, danke. Ich habe schon. Ist echt nicht nötig. Außer muss ich noch ein bisschen üben. Paul spielt in der Band. Was? Wie haben Sie das denn so schnell gecheckt? Das sehe ich. Ich habe früher auch mal in der Band gespielt. Du? Dein Vater, das unbekannte Wesen. Einen Augenblick. Halt mal. Ihr wäre zu sparen. Nein, Max. Diese Mutter ist wirklich keine gute Idee. Die zieht ihn doch direkt wieder runter komplett. Na ja, Uli leidet im Moment ja nicht gerade an Depressionen, oder? Nein, aber... Anja, ich muss da einfach was tun. Dein Mann ist eine ökonomische Zeitbombe. Der denkt einfach nicht in Zahlen. Endlich wieder. Gott sei Dank. Ja, aber wenn er so weitermacht, dann ist sein Geld schneller weg, als du fast, laut du Millionärin sagen kannst. Dramatisierst du da nicht ein bisschen? Nein. Ich bin doch für dich verantwortlich. Die Bombe kriegen wir doch allein entschärft. Ich habe hier ein Päckchen für Thea Bremer. Ja, ja, das ist meins. Dankeschön. Das sind 46,90 per Nachname. Äh, 46, äh... 90. Ja. Nee, 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 danke. Moment mal. I can't keep me quiet, got me fire up inside. Got an hand in motion. I've got a fight to fight. Hallo, Nico, warte mal. Du weißt doch sicherlich, was Familie bedeutet. Ja. Man kennt sich, man hilft sich. Was ist das für die Oma? Äh, ja. Higher red eyes, it's like thunder. Hast du mal 50 Euro für die Oma? Wow, ey, super, Papa. Danke, kann ich eben schlafen. Hi, Anja. Was ist es? Das ist in Oldschool. Das ist übrigens Paul. Guten Tag, hallo. Lernt man dich auch mal kennen? Na ja, ich muss dann auch mal wieder los. Okay, komm, bin ich nach Hause. Äh, bis Mittwoch. Ciao. Was ist denn Mittwoch? Ach, die haben gerade im Moment kein Probenohrmachchen angeboten, bei uns in der Garage zu spielen. Oh, bei uns in der Garage? Einfach so, ja? Nein, nicht einfach so. Im Gegensatz übernehme ich die Gitarre bei Ihnen. Ist ein guter Deal, was? Kommen Sie morgen wieder, gleiche Zeit. Hallo, Oma. Hallo. Oh, ist Post bekommen? Nein, nein, nein. Falsche Adresse. Das ist übrigens Paul. Weiß ich. Guter Junge, schlechter Bassist. Ciao. Du, Franzi, hättest du für mich nicht... Nicht jetzt, Oma. 50. Oh, Mensch, war ich gut. Pass mal auf, dass du dir keinen Hexenschuss holst. Also, ich fand's total cool. Und Paul auch. Na klar, Paul hat ja jetzt auch eine Garage zum Üben. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig, oder? Was? Ich eifersüchtig? Worauf? Unsere Große bringt die Sachen ganz schön auf den Punkt, du weißt? Meinst du etwa, sie hat recht? Ich dachte, du hättest das Ding längst entsorgt. Anja, mir geht's gerade richtig gut. Hast du damit ein Problem? Na, dir geht's zu gut. Das ist mein Problem. Kommen wir dich mal um deine Baustelle. Und nimm ansonsten den Fuß vom Pedal. Den Fuß vom Pedal? Nimm, ich starte gerade erst richtig durch. Hm. Max, ich hab's mir überlegt. Deine Mona kann loslegen. Er hat auf seiner Gitarre rumgeschrommelt, als wäre er 16. Du wolltest den Uli von früher, jetzt sagst du ihn. Ja, aber nicht so, wie so ein vernünftiger, nicht so ungerechnet, mal verrückt kindisch. Genau. Immerhin, der traut sich was. Du hast ja noch nicht mal ein T-Shirt gekauft, oder? Verdammt, dann gehen wir jetzt eben mal shoppen. Sag mal, ist die auch so schlecht? Die Bolognese war's, eindeutig. Okay. Wir schicken den Lieferanten in die Wüste. Und was machen wir dann? Unser Buchhalter hat's heute aber eilig. Ja, er nimmt nicht mit, hat zufällig den gleichen Weg. Was machen wir dann? Selber kochen. Ob wir personell ja auch so üppig besetzt sind. Nensten Bauchentscheidung. Das kann ja heiter werden. Schick, was? Innen drin zwar noch Baustelle, aber das passt jetzt zur Filmphilosophie. Immer einen dritten Schritt vom ersten machen. Eins, zwei, drei, vier und wieder. Ja, ja. Das gibt's ja schön. Dein Göttergatte, was? Wer hätte gedacht, dass er sowas gestemmt kriegt. Immer wieder für eine Überraschung. Auf, das ist Puma. Nein, 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 erst mal aufs Bergfest. Und auf den Investor. Uli, du, ich muss leider los. Was, jetzt schon? Ich hab ne Verabredung mit Marie, wir gehen shoppen. Pass auf, dass nicht alles auf den Kopf haust. Wie alles? Na, unsere Ersparnisse. Musst du gerade sagen. Nur für's Familienalbum. Uli, Uli, wir müssten noch mal über die Speisekarte sprechen. Also, ich glaub, 10 Euro für einen Minz Mocker mal lang, wo das nicht kostendeckend, ja? Ja. Brr, brr. Brr, brr. Ich wollte ja keinen Wachhund, aber du hast ja förmlich drum gebettet. Jetzt brach dir nicht so viele Gedanken, Max. Dein Geld ist hier bombensicher angelegt. Mein Geld? Soll ich mal was sagen, Uli? Mein Geld wär mir viel zu. Was ist mit deinem Geld? Hast du deinem Finanzhain hier eigentlich mal auf dem Zahn gefühlt? So kurz gehen. Warum? Am Ende hat er nur im Briefkasten den Lichtenstein. Oder ist es bei der Mafia und du bist jetzt sein Geldwäscher Nummer 1? Und du bist der Killer vom Dienst. Grundregel Nummer 1 beim Shoppen, Anja. Das hat was mit Kaufen zu tun. Ich müsste längst bei Max sein. Ihr trefft euch aber ganz schön oft. Rein geschäftlich. Nee, nee, ist klar. Oh, nee. Hey, super, Anja. Genau deine Farbe. Superschön. Regel 2, nicht aufs Preisfield gucken, Anja. Regel 3. Wer sagt eigentlich, dass es Klamotten sein müssen? So. Und den nimmst du jetzt. Und den nimmst du jetzt. Niko, natürlich denke ich an deine Kletterstunde. Ich bin gar nichts anderes, mein Großer. Ich bin quasi schon unterwegs. 10.000 Euro, 14.000, 11.000, 12.000, nochmal 5.000. Das war eine Schnapsidee, alles. Von Anfang an. Wenn nur mein Mandant wäre, hätte ich ihn längst auf den Mond geschossen. Aber das ist er ja nicht, ja? Wenn überhaupt, dann bist du meine Mandantin. Und wir ziehen das Ding jetzt durch, Anja. Ein so tolles Team wie wir, das gibt doch nicht so einfach auf. Gut, ein Teil des Teams hat manchmal etwas verrückte Ideen, aber... Sehr verrückte. Aber zum Glück ist er ja noch der Partner, der für die Bodenhaftung sorgt, hm? Ein Riesenglück. Eben. Ich finde, wir machen unseren Job ziemlich gut, oder? Extrem gut. Ich... Ich muss nach Hause. Ich hab da noch einen Job. Ja, komm Niko, weiter. Du schaffst das. Er packt das doch nie. Ich wollte es gar nicht, warum mein Portemonnaie ist. Süße, du hast nicht ein bisschen Kleingeld bei dir? Sag mal, Oma, wann siehst du eigentlich wieder aus? Was soll die Frage? Nur so, ich meine. Du willst doch nicht etwa deine liebe alte Großmutter erpressen. Nein, ich wollte eigentlich nur... auch eine? Sagen Sie mal, hat dir so eigentlich auch andere Hobbys? Schach oder so? Sehr gut, Niko. Ja, weiter. Weiter. Das sind höchstens noch... Zwölf Meter. Schach darf man auch nie aufgeben. Mama! 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 Wo bist du denn? Mama, Mama, Mama! Das war der Durchbruch! Papa hat gesagt, ich bin ein bisschen ausgewachsen! Na, damit kämpft Papa sicher aus. Wie viel war es denn? Ein Meter? 1,50 Meter? 2,20 Meter. Wow. Niko schafft das. Man kann alles schaffen, wenn man will. Ja. Oder man hat jemand mit viel Geld im Rücken. Ich hätte das auch alles ohne Max hingekränkt. So, hättest du. Überflieger. Hast du dir nie überlegt, dass es vielleicht auch alles ganz anders ist, als du denkst? Was denke ich denn? Ja, gar nichts anscheinend. Du denkst nicht weiter, als von hier bis in deine Küche. Dann wärst du dich noch nie gewundert. Plötzlich dieser Unbekannte mit dem vielen Geld. Entschuldige bitte, aber was verstehst du denn von Investment? Was verstehst du denn von Menschen? Jeder Hütchenspieler ist ein Tiefenpsychologe gegen dich. Jetzt iss mal langsam mal kurz. Was hast du denn gegen Max? Der Mann ist sauber, ich hab den überprüft. Der will einfach nur sein gutes Essen kriegen, wenn er seine Mittagspause macht. Andere kaufen sich von ihren Millionen ganze Hotels, nur um in der besten Suite zu wohnen. Der ist deut. Der ist die Schatz. Untergrund von der Grünen. Winsorgen-Versappen шzes Teil des Buches. Das ist die Schatz. Ich bin ein Spiel. Ich bin ein Spiel. Sixach, bitte. Ich bin ein Spiel. Ich bin ein Spiel. Ich bin ein Spiel. Ich bin ein Spiel. Herr Heinze, ist zu mir wirklich leid. Meine Frau hat sowieso von morgens bis abends Opern-Arien gehört. Und die nächsten Tage bin ich auch gar nicht da. Gut. Na, Schluss für heute. Wir sehen uns morgen, ja? Krass, morgen geht's weiter. Und die Nachbarn? Wieso? Hat sich einer beschwert? Ja, hat einer. Hast du mal 100 Euro für mich? Ja? Wer denn? Na, der Heinze, von gegenüber. Dann muss ich mit dem Mann mal ein paar Takte reden. Ja, das geht jetzt nicht. Der ist gerade weggefahren, aber er hat gesagt, das nächste Mal ruft er die Polizei. Blöd, Mann. Ah, die Küche ist geliefert. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Aber es kriegen wir doch repariert. Sicher in Null kommen wir nix und für keinen Cent mehr. Für Kleinigkeit. Mike, du bist gefeuert. Was soll denn das? Na, das ist mein letztes Wort. Hey, was los? Na, frag das mal deinen Finanzeini. Schön, dass du nochmal vorbeischaust. Wo ist das Problem? Wo das Problem ist? Hier und hier und überhaupt überall. Die Hälfte ist an der falschen Stelle. Und wenn wir die Geräte so aufstellen, wie die Leitung verlegt sind, dann kommst du in eine geliebte Küche erst gar nicht mehr rein. Ja gut, aber es ist noch kein Grund, Mike zu feuern. Ja, das alleine nicht, aber wir fallen ja auch offene Kabel vom Himmel und die neue Kellertreppe, die endet plötzlich im Nichts und diese ganzen Bauarbeiten sind ein Witz. Und wer ist der Bauleiter? Und wer hat den hier reingebracht? Nein, 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 nein. Wer ist der Bauleiter? Wenn du jemanden feuern willst, dann mich. Mike ist der Bauleiter. Das heißt, er war's. Hallo, Uli. Lass mich einfach in Ruhe. Da werden wir sogar als Paar egoistisch. Der Rauchapfel ist leicht gerötet. Wahrscheinlich stressbedingt. Weißt du, der sitzt vor seiner alten Kiste. Wie früher. Das war wirklich nicht der Plan, Max. Er würde wohl einsehen, dass ich was unternehmen musste. Ja, alles. Aber nicht das. Mike ist für ihn wie ein Antidepressivum. Da muss man auch die Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Ja, und die Folge kosten. Wie übernehme ich? Wie üblich. Also, stellst du ihn wieder ein? Damit verliere ich doch völlig an Glaubwürdigkeit. Bei mir nicht, nein. Bei mir gewinnst du. In jeder Beziehung. Wie kann man bei so einem Lächeln Nein sagen, hm? Versuch's mal. Ja. Besser nicht. Was hast du mir noch? Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. Das heißt, das heißt, dass ich dich bitten möchte, dich also hiermit fragen wollen würde, ob du vielleicht wieder sich... Ich meine, ähm... Kein Thema. Jeder macht ja mal einen Fehler. Ich auch. Also, los, Leute. Bewegung. Aus der Küche alles wieder auf Anfang. Herr Bremer? Guten Tag. Carolina Hagemann. Ich bin die Kita-Leiterin ihrer Frau. Ich meine, ich suche Anja ganz dringend. Ja. Hat sie nicht ihren freien Tag? Ja. Deshalb suche ich sie ja. Was ist denn los? Die Kollegin, die heute kochen sollte, ist krank geworden. Und Anja ist unsere letzte Rettung. Ich versuch's, sie schon die ganze Zeit zu erreichen. Aber ihr Handy ist aus. Sie hat ja einen freien Tag. Ja. Ich weiß, da kann man wohl nichts machen. Danke, Mann. Ja, danke. Ich frage mal. Ich rufe auch mal. Es gibt noch eine allerletzte Hoffnung. Das hättest du mir sagen müssen. Was denn? Dass wir das Büro jetzt verlegt haben. Spontane Sparmaßnahme. Spontan gefällt mir. Sollen wir die Bewerber durchgehen? Später. Schade. Möchtest du noch was haben? Pass auf. Ja, noch eine Schneegurke. Let's hol's. Du kannst zaubern. Hallo. Entschuldigung. Ich habe eben erst meine Mailbox abgehört. Na, zum Glück. Wir haben hervorragenden Ersatz gefunden. Guck dir mal an, was dein Mann hier angerichtet hat. Leider ist er ja schon anderweitig vergeben. Ja, unter anderem bei mir. Mann sind eure Messer scharf. Dann werde ich dich gleich mal verarzten. Mein Held. Warum pflasterst du sie nicht halb so gut wie eure Messer? Ich gucke mir mal ein neues. Wo kommt der denn her? Danke für Ihre Bestellung. Jugendstil um 1912. 13. So was. Woher soll der schon sein? Von meinem Liebhaber. Man sieht, ich bin ihm einiges wert. Haha. Netter Versuch. Kannst du mir den Mann nicht mal vorstellen? Also, eigentlich gehört er Marie. Ja. Das ist ein altes Erbstück. Ich wollte ihn auch mal tragen und habe ihn wohl verlegt. Ist ja nicht schön. Nicht unter 12.000 zu ersteigern. Aber dass ihr mir keinem Liebhaber zutraut. Ich glaube, bist du echt süß. Es war nur ein kleiner Augenblick. Einen Moment war ich nicht da. Danach ging ich einen kleinen Schritt. Und dann wurde es mir klar. Gut. Wir machen erst mal Pause. Wie geht es denn deinem Strommann so? Keine Ahnung. Ah. Keine spontanen Besprechungen? Ja. Übermorgen ist Eröffnung. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass dieses Versteckspiel endlich zu Ende ist. Nee, ist klar. Du, Schatz, was ich dir schon immer sagen wollte, dein neues Leben geht komplett auf mein Gott. Marie, er wird es schon richtig verstehen. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Überraschung. Wenn du Uli suchst, der ist nicht hier. Ich weiß. Ich weiß. Max? Ja? Wegen diesem Abend da neulich, ich... Schweigen kann sehr viel sagend sein. Wollen wir es nicht einfach vergessen. Was glaubst du, wo? Ich die ganze Zeit dran arbeite. Aber keine Angst. Ich befinde mich auf dem besten Weg. Hoffe ich zumindest. Es gibt schließlich auch noch andere Frauen wie dich. Sicher nicht viele, aber... Eine würde mir ja schon reichen. Weißt du eigentlich, dass ich die ganze Zeit nicht einmal gekickert habe? Deine letzte Chance. Zieh ich warm an. Ich geh noch mal ins Gesicht Hunger, ja? Danke für Ihre Bestellung. Ingo. Tja, jahrelanges Training im Jugendzentrum. Mit einer Frau, die immer alles gewinnen muss, wäre ich auf Dauer sowieso nicht zurechtgekommen. Aber du kannst mir mal deine Zwillingsschwester vorstellen. Die ist auch nicht ohne. Ja, das glaube ich. Max, ich bin froh, dass wir das jetzt geklärt haben. Vorsicht! Sonst werde ich wieder rückfällig. Wann willst du es denn endlich deinem Mann sagen? Was willst du deinem Mann sagen? Das klärt natürlich auch die Sache mit dem Ring und dem Liebhaber. Nein. Nein, 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 Uli. Das verstehst du völlig falsch. Das ist Max. Dieser Max ist der Max aus der Kita. Erinnerst du dich? Ja, und das fing alles damit an, dass ich im Lotto gewonnen habe. Eine knappe Million. 999.400. Genau. Ja, so habe ich auch geguckt. Und da wusste ich nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Und du bist nur rumgehangen und dann habe ich Angst gekriegt. Und dann kam Max dazu. Als Strohmann? Aber der Laden hier, also das Angebot, das kommt natürlich von mir. Und gerade eben haben wir nur miteinander gespielt. Also gemeinsam gekickert. Ja, weil wir es geklärt haben. Aber wenn dir die Variante mit der Affäre lieber ist, dann ... Nein, 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 nein. Ich glaube dir, so etwas Verrücktes kann sich ja niemand ausdenken. Dann ist ja alles in Ordnung. Hä? In Ordnung? Es ist überhaupt nichts in Ordnung. Sag mal, du ... Es ist wirklich das Allerletzte, du ... Uli? Was soll denn das werden? Wonach sieht es denn aus? Papa hat gesagt, du hast ein Lotto gewonnen. Später, ja. Uli, jetzt lass doch mal den Blödsinn. Papa sagt auch, du hast ihn total verarscht. Auch später, ja. Uli, jetzt hör mir doch mal zu. Kommst du? Ich? Wieso? Wohin? Na, zu dir. Nö. Ich bleib hier. Du bleibst hier? Du bleibst hier? Ist hier vielleicht jemand schwerhörig? Ja. Sind wir jetzt echt Millionäre? Ja. Und bald sind wir auch Scheidungskinder. Was? Hallo, Anja? Die Terrassentür stand offen. Ich hau ab. Ich komm mit. Ich hebe mein ganzes Geld ab und nehme den ersten Flieger nach Buenos Aires. Ich glaube, ich komm doch nicht mit. Feigling! Hier gibt's nur einen Feigling. Der nicht zu Ende führt, was er angefangen hat. Es ist zu Ende. Alles. Wenn ich das noch einmal von dir höre, dann... Was ist dann? Dann fülle ich dich mit Champagner ab, bis du Sterne siehst. Hab ich schon hinter mir. Ja, aber nicht mit mir. Und das wird kein Kindergeburtstag. Aber jetzt, jetzt erstmal ins Bett. Ich hab noch eine halbe Flasche im Kühlschrank. Jetzt mach ich uns erstmal einen Tee. Das ist halt so, dass tatsächlich... Ja. Das war... Das war... Sie haben hier gerade noch gefehlt. So nette Begrüßungen bekomme ich selten zu hören. Herr Zöllner Gerichtsvollzieher, ich habe hier einen Pfändungsbeschluss für Frau Thea Bremer. Ich bin der Sohn. Angenehm. Ist Ihre Frau Mutter zufällig zu Hause? Nein, zufällig nicht. Herr Hörner, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Da sind Sie nicht der Einzige, glauben Sie mir. Das ist ja Teil des Problems. Was soll denn hier überhaupt zu finden sein? Alte Menschen fühlen sich oft sehr einsam und die Kinder ahnen nicht einmal, was in denen vor sich geht. Was einsam, meine Mutter? So. Ulrich hat recht. Du bist eine intrigante, verlogene, durchtriebene Geheimniskrämerin. Danke Thea, das baut mich richtig auf. Und Ulrich ist ein starrsinniger, beleidigter kleiner Dickkopf. Allerdings. Weil er nicht begreift, dass du das alles nur für ihn gemacht hast. Aber ansonsten? Hut ab. Hässt Puma hin, Hühneis her. Danke. Dann mache ich jetzt Frühstück. Für mich nicht. Auch gut. Haben sowieso kein Prosecco mehr am Haus. Uli? Uli? Uli, bist du da? Pfff. Denk bloß nicht, dass ich mich entschuldigen will. Ich soll dir nur von deiner Mutter ausrichten, dass du ein kleiner, beleidigter, starrsinniger Dickkopf bist. Ich persönlich finde das ja nicht. Für mich bist du eine große beleidigte Leberwurst, die nichts kapiert hat. Ja. 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 Guck mal hier, du solltest noch was wissen. Ja. Also, ehrlich gesagt, hat sich der Heinz ja gar nicht beschwert. Ich versteh nicht ganz. Ich hab mir das nur ausgedacht, weil ... Damit wir mit dieser peinlichen Mucke aufhören. Weil dir Papa und ich und alles total peinlich war. So ungefähr. Dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein. Ehrlich. Okay, du bist vielleicht ein bisschen älter. Ich bin ein bisschen viel älter. Du hast aber nicht den Deppen gegeben, falls du das meinst. Überhaupt nicht. Ja, kommt doch wohl schon mit Hendrix, klar. Kommst du denn trotzdem nach Hause? Hast du ihn gesehen? Nein. Wenn ich bald vernünftig werd, dann erschlag ich mich. Du glaubst ja immer noch, dass du alles für alle regeln musst. Ja, meinst du, das macht mir Spaß? Fällt dir sonst jemand ein, der es tun würde? Mama, er ist kein Kind. Warum benimmt er sich dann wie eins? Weil er dich hat. Ach, Franzi, weißt du was? Allklug daherreden, das ist die eine Sache, ja? Aber den ganzen Laden zusammenhalten. Ja, du ... du machst überhaupt keinen Begriff, wie schnell alles dem Bach runtergehen kann. Hast du denn jetzt was anderes erreicht? Gut. Dann macht doch alle, was ihr wollt. Von mir aus. Aber komm mir nicht mit dem Gerede, man kann alles schaffen und so. Mama! Hier, guck mal! Nein! Hier oben! Nico, Junge! Mama, bitte! Super, Nico! Fantastisch! Wie hast du das geschafft? Aber, aber wie kommst du denn da jetzt wieder runter? Was will ich denn ernst? Nein, voller. Du musst tun, was du tun musst. Ich weiß nur, du warst in den letzten Wochen so gut drauf wie seit Ewigkeiten nicht. Ja, weil ich auf ein unglaublich billiges Kaffeletheater reingefallen bin. Ich sag dir jetzt mal was. Manchmal geht's eben nicht ohne Tricks. Denk mal drüber nach. Was soll das heißen? Kennt dich irgendjemand besser als deine Frau? Du? Deswegen sag ich dir, denk mal drüber nach. Komm weiter. Oh Mann, ey. Was soll das? Das ist mein Laden. Hast du unterschrieben? Nein. Also. Bitte. Aber ich hab's bezahlt. Von unserem Geld. Du kannst alles haben. Das will ich aber nicht. Hau bitte. Komm, Berner, wir gehen Kaffee trinken. Geschäftszahl. Warum denn? Darum. Mit mir brauchst du nicht mehr zu rechnen. Hab ich auch nicht anders erwartet. Hast du auch keinen Grund für. Was willst du denn sonst machen? Fische verkaufen. Und vorm Fernseher sitzen. Ja, unbedingt. Ja, soll ich mich etwa entschuldigen? Wofür? Das hast du doch alles für mich getan. Allerdings. Ja, weil du so genau weißt, was gut ist für mich. Hatte ich gehofft. Pech gehabt. Für mich ist es gut genug, Fische zu verkaufen. Bitte. Dann mach doch, was du willst. Du, du, du Miesmuschel. Du, 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 du. Was? Alles. Du bist doch immer. Ich hätte einfach gerne Zeit. Das war's für heute. Papa! Huah! Oma ist übrigens damit eifrig sein, dass du erst mal bei ihr Zimmer schläfst. Ich bin mit gar nichts einverstanden. Wird Zeit, dass du zur Vernunft kommst, mein Junge. Ach, Mama. Übrigens schöne Grüße von deinem Verehrer. Sehr angenehmer Mensch. Find ich auch. Hat er noch ein bisschen was sagen lassen? Nicht viel. Das macht nichts. Ich kann mich sehr gut einschränken. Kapierst du das? Alles klar für den großen Auftritt? Mama, komm! Was? Los! Was macht ihr denn hier? Ich will Mama abholen. Was? Wovon redet ihr? Du musst nicht immer alles wissen. Die Eiliger sind auf zwei. Ich will mir schlafen. Oh! Oh! Hallo! Rasi? Geht ruhig schon mal vor. Wir kommen gleich nach. Hast du das schon mal gegessen? Vorsicht, heiß und fettig. Vorübergehende Personalknabheiten. Alles sehr kurzfristig. Für zwei Personen. Ich darf vorgehen. Das war mein erstes Konzert. Wirklich? Der Investor und die Controllerin. Ja, ich werde ja hier nicht mehr gebraucht. Jedenfalls nicht als Beraterin für das Puma. Ich glaube auch, du kannst deine Zwillingsschwester aufsorgen. Was für eine Zwillingsschwester? Hast du die Einladung auch so spät gekriegt? Auf dem letzten Drücker. Was war denn da los? Wann lag's denn? So schön, dass du da bist. Und, hast du auch das Kleingedruckte gelesen? Natürlich. Dann sind wir uns also einig? Wäre ich sonst gekommen? Anja. Was stand denn in einem Kleingedrucken? Ich glaube, das habe ich überhaupt nicht gelesen. Jeder wie er kann, keiner wie er muss. Was will uns jetzt der Dichter damit sagen? Kleine Lebensweisheit aus der Küche. Carolina, du bist auch hier. Ah, ja. Zum Oberessen. Das ist jetzt aber nicht molekular. Dein Mann übernimmt doch jetzt unser Catering. Hat er dir das noch nicht erzählt? Ach, wir hatten ein kleines Funkloch. Du machst jetzt das Catering? Ja, nicht nur für euch. Deine Chefin knüpft schon fleißig Kontakte. Mittags ist der Laden sowieso geschlossen. Und als zweites finanzielles Standbein. Ich bin ja nicht ganz beratungsresistent. Moment. Zu viele Überraschungen auf einmal? Solange es angenehm sind. Das ist gut. Also entweder du setzt dich endlich, oder du packst mit an. Okay. Was soll ich machen? Teller abwaschen. Ah, Traumjob. Vielen Dank. Moment. Ich danke dir. Hey, gibt es noch was zu feiern? Wie man es nimmt. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich ihm Lotte gewonnen habe? Nein. Was? Wolltest du uns das verheimlichen? Quatsch, warum sollte sie? Also, was wollen wir damit machen? Ich jedenfalls habe schon mein Ticket für Patagonien. Eigentlich wollte ich ja den K2, aber ich glaube, ich nehme doch eher die Allgäu-Nordwand. Ein niegelnagelneuer Kickertisch wäre toll. War richtig Wellness. Das türkische Bad nach Istanbul. Ich fände es schön, wenn Paul meinen Song für mich schreiben würde. Na ja, ein bisschen mehr könnte es schon kosten, hm? Also, ich für meinen Teil, ich brauche nichts. Das heißt, das Klavier müsste mal gestimmt werden. Und neulich ist mir diese kostbare chinesische Vase runtergefallen. Dann? Nö, nicht zwei. Doch, doch. Die Reise auf der Seidstraße steht doch an. Und Bus, denkt man, ist ja keine zwei Stunden. Da ist doch viel weiter. Das ist doch ein bisschen heri und der Schmenn. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018